Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist John und heute Leute, wie ihr gerade sehen könnt, bin ich gerade auf Brawl Stars und wie ihr auch sehen könnt, hat sich sehr sehr vieles geändert. Auf jeden Fall musst du mal ein Update machen jetzt bei Brawl Stars und das habe ich gerade gemacht und ich war schockiert Leute, weil guckt mal, Leute es gibt jetzt einen Brawl Pass und einen Gratis Pass. Und hier sind auf jeden Fall, glaube ich, so komische Herausforderungen. Und Leute, guckt euch, guckt mal an. Pam hat sich geändert vom Aussehen. Krass, Alter. Sonst beim Sub alles ist noch gleich. Ist alles gleich, Leute. Hier ist auch Pam bei das Aussehen geändert. Und Leute, jetzt gibt es einen neuen Brawler. Äh, sorry. Auf jeden Fall, das ist der neue Brawler, Leute. Der heißt Jail. Und ja, der sieht schon, keine Ahnung, wie soll ich sagen. Gut aus. Und Leute, guckt mal hier, hier gibt es auch Jail bei Brawl Pass. Und das, keine Ahnung, was das sein soll. Wir gucken mal hier. Und hier gibt es noch eine andere Form von Jail. Es gibt einen Händler-Jail. Und Leute, das ist einfach nur krass, Alter, wie viel sich geändert hat. Und hier sind, wie gesagt, die ganzen Herausforderungen. Ich habe schon ein paar Herausforderungen gemacht. Und Leute, guckt mal hier unten. Das sieht jetzt ein bisschen kleiner aus, weil es hat sich auch ein bisschen was geändert hier. Weil so, also das sieht ein bisschen kleiner aus. Ja, sonst ist alles eigentlich noch gleich. Und, ähm, ich würde mal sagen, komm, wir machen mal eine Herausforderung. Wir machen das dann mit El Primo. Gewinne sechs Matches. Ähm, ja. Ich würde mal sagen, komm, wir spielen jetzt einfach mal. Krass, Leute. Das hat sich so vielen Browsers geändert. Gleich, wenn die Runde vorbei ist, ich zeige euch gleich was. So. Ich mache mal diese Kisten hier kaputt. Und dann, wenn jemand kommt, dann putsch halt auf den. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch den Brawl Pass holt. Ich werde mir den vielleicht holen, wenn ich noch genug Guthaben habe. Ich weiß nicht, ob ich genug habe. Oh mein Gott. Scheiße, Mann. Digger, hört doch auf. Okay, ich habe den. Oh mein Gott. Wir müssen noch gewinnen, Leute, weil... Dann habe ich die Herausforderung fertig. Bald fertig. Oh mein Gott, mit 400 Leben bin ich fast gestorben. Hier käme safe jemand. Da, da ist deine Mike. Oh mein Gott. Äh, Saben, ja. Oh mein Gott. Alter. Hä? Wo ist der? Alter, ich dachte gerade, das wäre eh Büt. Okay Leute, ja. OHH... ITA. Schonmal Geil. So... Ich steigadere. Sta Beimat. , auf! Jetzt 않았 der doch Leonardo. Jetzt sieht das ja anders aus? Wie gesagt, jedes hier geändert in Brawl Stars. Leute. Warte mal ganz kurz. Was? Leute. Man kann sich nicht mehr bei anderen Accounts anmelden. Oh, da irre ich mich gerade. Oh mein Gott, Leute, ich glaube, man kann sich nicht mehr bei anderen Accounts anmelden. Alter, was? Alles klar, Digga. Ja, Leute, ich würde auf jeden Fall sagen, das, was mit dem Video, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like. Ich weiß, das war ein bisschen ein kurzes Video, aber ich wollte euch halt nur zeigen, was sich jetzt alles im Brawl Stars so geändert hat. Und ja, Leute, auf jeden Fall, ich würde sagen, ciao.